Shopping City Sayersberg, wo Vielfalt zu Hause ist. Herzlich willkommen in der Shopping City Sayersberg. Wir präsentieren heute die neuen Frühjahrstrends 2022 und starten gleich zu Beginn mit Primark. Unsere Models präsentieren euch unsere neue Frühjahrskollektion in angesagten Beige- und Pastelltönen. Unsere Larissa präsentieren wir im angesagten Pastellkleid in grün, dazu eine lässige Jeansjacke und High-Chunks-Canvas-Schuhe. Unsere Julian trägt eine Relaxed-Tapered Jeans, dazu ein beiges Overshirt in Kombination mit einem License-T-Shirt. Dazu trägt er Classic Canvas, die immer im Trend sind. Für Verena haben wir ein Outfit in angesagten Beigetönen gewählt. Sie trägt eine Beige-High-Waist-Hose in Kombination mit einem License-T-Shirt. Das Outfit komplett machen die Classic Canvas, eine Beige-Tasche und der graue Cardigan. Ein toller Alltagslook. Seit 1987 ist Veromoda stylischen, modebewussten Frauen ein Begriff, die auf der Suche nach neuen Trends, unkomplizierten Styles und modischen Must-Haves sind. Unsere Markenzeichen ist eine dynamische und unkomplizierte Herangehensweise an Mode. Mode ist etwas, das wir bei Veromoda gemeinsam machen. Denn in einer Welt, in der ich lebe, feiert Veromoda das Wir. The only way is through. Hergestellt aus einem unserer leichtesten und atmungsaktivsten Stoffe, ist dieses Shirt dein neues Highlight für jede Sportart, für jedes Trainingsszenario und zu jeder Zeit. Die Trainingshose, die ist aus der beliebten Under Armour Rush Infrarot-Technologie, welche dir die Energie wieder an deinen Körper zurückgibt. Zusammen mit dem Under Armour Hava Phantom 2 Laufschuh, bist du für die nächste Trainingseinheit perfekt ausgestattet. Cool und klar, das nennt man Preppy. Ringelblümchen, Piqué, Jersey und Polokragen bewegen sich zwischen Eleganz und Sportlichkeit. Genau diese Mischung gibt es bei Kleiderbauer. Zum Beispiel von Hugo Boss, Job, Cinque oder Gess. Every woman is beautiful in their own way. Entdecken Sie die neuen Produkte, kreieren Sie Ihren Frühjahrslook. Der Frühling steht vor der Tür. Finden Sie Ihren perfekten Look mit der neuen Kollektion. Nachtwäsche, Lingerie und Strickwaren in neuen Farben und neuen Stils. Jack & Jones bietet seinen Kunden neben zeitlosen Klassikern und Basics auch mehrmals im Jahr neue Kollektionen und Trendteile. Mit Jeans als Schwerpunkt entwickeln wir Mode, die alle Anlässe und modischen Trendbedürfnisse junger Männer abdeckt. Jack & Jones definiert sich nicht nur als Marke, sondern darüber hinaus ist es eine Brüderschaft, ein Club, eine Gemeinschaft, die durch Denim zusammengehalten wird. Im Jack & Jones Universum spielen sich keine Dramen ab. Bei unserem Label ist Shopping ganz einfach. Hier geht es um tolle Styles in toller Atmosphäre. Das ist die Philosophie, die hinter Jack & Jones steht. Die Frühlingsstars von Bichoux Brigitte stellen sich vor. Bei den Farben hat Buttercup Yellow eine der Pole Positions eingenommen. Weitere Farbhighlights sind zarte Pastelltöne, aber auch leuchtende Farben wie Orange und Pink sind mit von der Partie. Vielfältige Materialkombinationen wie Holz und Kunstleder oder unbearbeitete Edelsteine mit Bändern ziehen die Blicke magisch an. Es darf wieder blumig werden. Ob in naiver Optik, die an die 70er Jahre erinnert, oder als zauberhafter Frühlingsbote wie die Tulpe. Und welches ist Ihr Lieblingsstück? Die Bichoux Brigitte Filiale in der Shopping City Sajersberg freut sich auf Sie. Das italienische Unternehmen Calcedonia steht seit 35 Jahren für beste Qualität bezüglich Stromfahrer, Legwear und Bademode. Entdecken Sie die neuesten Trends für jede Jahreszeit. In der kommenden Sommersaison ist unsere Bademoden-Kollektion für Damen und Mädchen sowie Badeshorts und Badeslips für Herren ein Must-Have. Unser Calcedonia-Team sorgt dafür, dass Sie den besten Komfort und gewünschten Stil finden. Seit nun über einem Jahr bringt Eleganza Italianer italienisches Modeflair in die Shopping City Sajersberg. Mit wöchentlich neuen, außergewöhnlichen Trends bietet Eleganza Italianer alles, was Frauenherzen höher schlagen lässt. Besuchen Sie uns im Haus 7, Yellow City Ebene 1. Das Team von Eleganza Italianer freut sich auf Ihr Kommen und Ihnen einen Hauch Italien mit nach Hause geben zu können. Einen Hauch Eleganza Italianer. Immer voll im Trend und so manchmal diesen auch einen Schritt voraus. Trete ein in die Welt der Mode. Stil, eine große Auswahl an Farben und Mustern, das sind die Trümpfe, die die Marke T10is auszeichnen. Hier findest du die neuesten Trends der Saison. Der Modefrühling hat bei dem führenden Plus-Size-Shop Ulla Popkin Einzug gehalten. Gudrun beweist, dass man sich in jedem Alter mit jeder Größe stylisch kleiden kann. Mode und Accessoires in ihrem Ulla Popkin Store erhältlich. Sonja trägt trendiges Rosa mit Jeans kombiniert. Ein durchaus alltagstauglicher Look, der Lust auf Mode macht. Das sind sie, die neuesten Frühjahrstrends 2022. Alle weiteren Infos gibt es unter shoppingcitysayersberg.at Das war es von hier, vom schönsten Einkaufszentrum im Süden Österreichs. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.